Okay, ich dürfen die Einen hab ich Da ist nirgendwo ein Monty Links ist Sophia, ich hab sie gehört Monty injured Ich hab ihn wirklich vergiftet Ich hab ihn wirklich vergiftet Ja, fuck you Oh, scheiße AAAAAAAH, Deutschland Ach, da ist der Deutschland schreit Oh mein Gott, sorry Mein Name Okay, okay Wie hat sie mich gesehen? Ähm Ja, direkt, direkt safe Ich guck einmal bei mir an Mira Hohohoho Kommt noch einer, kommt noch einer Oh, Leben gefickt Aber absolut, wie der weggeflogen ist Die ist irgendwo nah in der Nähe Ich spüre diesen Effekt von hier Oh mein Gott, sie hat Äh, da ist der Diffuser Ich hab hier so die Ehre genommen Ja, irgendwo back, back ist weg Back ist bei mir Junge, bist du taub? What the fuck, was waren das für Reactions? Sauber Ja, ich hab's nicht gehört Weil du gerade gelabert hast Und mit deiner hessischen Arme Wie laut hast du mich? Der Typ war ja laut halt so'n scheiß Güterzug Du Vaginalherpes Du Sohle an der Dirne Spaß Auf geht's Auf geht's Look, 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 look Auf geht's Hab ihn, hab ihn, hab ihn Alles gut Der Schreiber, geil Auf geht's Auf geht's Let's go, boys Habt ihr schon den Leap zu der Halloween Map gesehen? Wann ist Halloween? Gute Frage Niklas, 24. Dezember Hey Fresse jetzt bitte Alter, wie schön trocken Alter, wie schön trocken Bratwurst muss passen Ach, sie fahren rein Gute Frage Michael, lass das Lüßchen Oh, ich hab mich fertig, fucks Ja, ja Uuuuuh Das ist carried Juhu Genommen Schuuuuss Wohol die ist mehr Wenn die Vorhaut dive, dann zieh kräftig dran Das ist die Bratwurst von Maika Alter, kannst du deine Fresse, Alter Oh mein Gott Warte schon, Maika Ich Ja, nee, es bringt halt Der Montagnebrink hat einfach gar nichts mehr gefühlt Oh lol Okay, okay Malo, dann kriegt er durch Doch, kriegt er direkt Wo, wo, wo? Achso, hier ist nur den Faust Versuch, dass du ihn in Wallbang kannst, vielleicht Der One-Tap, Digga Der fucking One-Tap, Alter Scheiß Ameise kann fliegen, Bruder Ich bin weg Ne, ne, züchte da so Mutanten-Armein wenn sich im Zimmer in diesem A fällt, oder? Wo wohne ich, Junge? Der fucking kriegt draußen vor der Tür Und fliegende Armeisen bei mir im Zimmer Welcome to Hering, Alter Unladen Step Okay, okay, okay Merke ich mir Was ist passiert? Doug sieht nicht ne Millisekunde, gibt mir nen Headshot Das ist passiert Manu, jetzt musst du nen Ace machen Ich... Nichts leichter als das Nichts leichter als das, Kinder Nichts leichter als das, Kinder Weil ich will das ganze Ace drin haben Zeig, komm mal die ganze Zeit so zu, ne? Ohhhhh Oh mein Gott, ich bin, ich bin einfach schlecht Ich bin einfach nur schlecht Ja Das hab ich verdient Ja Please commit, äh Please commit death Oh, einer seit sich da am Bart hoch, Johannes Das ist uff, Baze Ja, alles gut Ich bin schlecht Soll ich ne Impact rausnerven? Mach Spaß Ja, jetzt kannst du nen Net rauswerfen Doch, kann ich Schade Schade Was? Was? Oh Ich hab einfach Oh mein Gott, ich hab Ähm 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 Was denn? Der Lesion ist bei mir ziemlich verbuggt gerade Junge, der Lesion ist bei mir durch und durch verbuggt gerade Halt ohne Scheiß Der hat bei mir auch ne Guh in der Hand Und schieß damit Moment Warte, was hat Lesion bei dir in der Hand? Er hat immer noch die Guh in der Hand Wie hättet er noch was in der Hand? Hä, bei mir hättet er die Guh in der Hand Ich will neifung, ich will sie neifung Oben Ja, ja, haha Oh mein Gott Hahahaha Hahahaha Behind you Hahahaha Hahahaha Ehm Hahahaha 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 Ey, was? Alter, also Oh Hahahaha Oh mein Gott Haha, läuft! Er ist auf den stairs, pass auf! Recht! So, er kommt durch die... Nice! Okay, du bist tot, das heißt, ich fange jetzt an. Sie erleben jetzt einen Ash Rush. Höchster Bedeutung. Und schon tot. Haha. Schön, ihr Hochhallo! Ding, Gang, Goom, Ding, Ding, Gang, Goom, Ding! Haha. Oh, das ist ein Schild. Sorry, Tobias. Ripp Tobias'n Augen. Sorry, Tobias! Oh mein Gott, der ist direkt scharf links. Direkt scharf links. Er steht da einfach mitten im Raum. Direkt scharf links. Nee, rein, jump. Links. Ja, da ist er jetzt. Was habt ihr denn da gerade gemacht? Was habt ihr denn da gerade gemacht? Der fragt nicht. Der ist vor live. Alter, Beda, das hätte ich nicht töten dürfen. Ah. Beda, da ist niemand anderes. Zumindest war da niemand anderes. Ich glaube auch gleich, wer gibt es. Okay. Rechner. Kompetentermade war doch. Oh mein Gott, der Boilbang. Ich grippe! Ich grippe so wie Pischer! Nein, 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 nein! Nein, nein, ich will Punkte fahren. Ah, ja, okay. Jetzt töte ihn. Nooo! Der Ficker ist tot und lockt. Oh, Fickle! Der Ficker weiß nicht, dass mir niemand in der Shotgun... ... mit dem M.G. Puls. ... mit dem M.G. Puls. Oh, come on. Oh, ich lebe noch. Er hat dich umgeholt. Oh, oh mein Gott! Oh, was? Ich hab grad meinen Teller geholt mit der Pizza, gell? Im D-Moment stehe ich auf. Oh, geh weg von mir. Nee, ich hab den Pils abgeschraubt. Sorry. Wie du einfach schreist, oh, tut das weh! Junge, ich weiß nicht, das hab ich grad auch gehört, halt nur auf Englisch. Ich hab mir kurz gedacht, dass das... ob das provokant war. Ich frag mich auch grad, ob das mit Absicht war. Was ist denn mit Wasser? Nur 20 HP. Ja, geh weg! Nein! Was, was, okay, dann bleib ich bei dir und schalte das Handy nicht aus. Ja, komm mal, während der Zweck. Ich bin hier schon fast drückt, dann kann ich... Kann sich sowas von uns nicht ficken, Manu. Ja, komm mal, während der Zweck. Ja, komm mal, während der Zweck. Ich bin hier schon fast drückt, dann kann ich... Kann sich sowas von uns nicht ficken, Manu. Boah! Loll! Ich hör diesen Einschuss! Hör diesen Einschuss! Hör diesen Einschuss! Ich hab mir so gedacht, okay, auf geht's mit der Shotgun! lineit! What the fuck? Waffe ich... Waffe ich... Oh mein Gott, ich hab ihn so hart gestunt. Er war einfach absolut blind. Was?! Oh, guck mal, es war Kate! Was? Abziehen! Got em all, oh mein Gott! Hab ihn, hab ihn injured? Kannst du finischen? Ja, ja, ja! Oh mein Gott, Pulse hab ich die Ehre genommen, ich war grad... In dem Moment, wo ich gerade... Was? Was? Ich hab den Gaston in Headshot gegeben! Ja! Ja! Please get some aim, buy it online, please do it! Er ist direkt rausgegangen! Oh mein Gott! Der Free Fire, Alter! Dieser Free Fire! Oh shit! 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 Ah! Oh mein Gott! Oh shit! Oh shit! Er ist zu... Oh shit! Oh shit! Alter, Smoke aufs Maul, aber richtig hart! Weißt du... Sag mal bitte, wo? Wo? Direkter, da ist noch einer, da ist noch einer! Wo? Der, der... Oh mein Gott! Das ist einfach... Das ist oben! Ich wusste nicht, dass oben eine Sophia schützt! Also Niklas, nach dem... Nach dem Games, jetzt go! Oder irgendwas anderem? Woah! Boah! Junge, Junge... Das ist dann natürlich schon hart! Ja, Respekt für den Dipp halt gerade nicht so! Oh mein Gott! Sie ist gerade... Während dem Fallen habe ich sie getötet! Oh no! Get fucked, boy! Der... Also wenn ich jetzt einen Kill mache, bin ich direkt Erster! Ja! Leute! Und dann werde ich die beleidigen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, ich habe auch eine E-Mail bekommen von kostenlos einkaufen! Klaus! Dein Aldi-Butscheid für Benni! Oh Klaus! Hallo Klaus! Lass mich verarschen! Gewinnen Sie 100 Euro Gutschein von Ihrem Aldi-Discaster! Genießen Sie die Vielfalt der Produkte und die tollen Angebote die Aldi... Ähm... ...bestätigen von Ihren Angaben. Wurde 30 Minuten... Deam, die sind toxisch, aber richtig! Ähm... Oh mein Gott, ich habe ihn nicht mal gesehen. Help! Help me! Willst du wirklich Hilfe? Ich schaffe sie. Ich schaffe sie.